Hallo ihr Lieben, wir melden uns jetzt aus Norwegen, in Romsdalen sind wir jetzt. Und wir sind heute Morgen um 9 Uhr in München gestartet, sind über Kopenhagen nach Molde geflogen und jetzt noch eine Stunde mit dem Mietwagen nachher gefahren. Wir sind in Philips Haugen in der Lodge, das ist voll gemütlich. Wir haben uns jetzt auf unsere erste Skitour in Norwegen, gemacht und es geht heute auf den Trolltinten und das Besondere ist, dass wir von dort aus auf die ganze Fjordlandschaft schauen können und da freuen wir uns schon voll drauf. Mit unserer beiden Norwegen ist diesmal die Elisa und ihr Husky der Finn und der Max ihr Freund. Es ist einfach so schön hier. Wir haben perfekte Skihänge. April Wetter, mal schneit es und die Sonne scheint, dann ziehen wir Wolken durch und da hinten kann man sogar schon ein Fjord ganz leicht erkennen und jetzt freuen wir uns, wenn wir gleich hochkommen. Wir haben jetzt fast unser Gipfel erreicht. Der ist jetzt nach vorne, das ist der Trolltinten. Wir haben jetzt erreicht, wir sind auf Trolltinten. Trolltinten 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 Wir verabschieden uns jetzt aus Norwegen für heute. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Wir würden uns voll freuen. Bis bald! Bis bald!